Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben einige Herausforderungen. Die Team war nicht ein easy Team. Wir haben in der ersten Hälfte verloren, aber wir haben in der zweiten Hälfte verloren. Wir haben uns in der zweiten Hälfte verloren. Wir haben in der ersten Hälfte verloren. Wir haben in der ersten Hälfte verloren. Wir haben in der ersten Hälfte verloren. Wir haben eine große Herausforderung. Wir haben mit 2-0-Hälfte verloren. Wir haben nur 2-0-Hälfte verloren. Wir wollte nur 1-0-Hälfte verloren. Wir haben nur 2-2-2-1 verloren. Wir sind sehr bereit und fokussiert. Für die Welt. Und morgen wird die Welt wieder einmal gew硬. Vielen Dank.